Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Duke Nukem Manhattan Project. Ich habe jetzt erstmal den Ton weggemacht, damit wir uns hier nicht gleich volltrönen lassen und werden wieder anschalten. Okay, das ist gut und die Musik noch ein bisschen erhöhen. Ja, das ist gut so, denke ich. Ja, weil ich möchte hier nicht rumschreien und das ist nicht so schön. So, und dann gehen wir mal gleich, nachdem ich mit der Morsi klargekommen bin. Denn die ist sehr empfindlich. Ähm, damit ich hier nicht voll abkacke, spielen wir mal auf leicht. Und wir fangen ein neues Spiel an und legen auch gleich los. Okay, ein Wurms in Big Apple, radioaktiver grüner Klopp, Klopp, ist in die Wasserversorgung der Stadt geströmt und verwandelt alle Kreaturen in den Abwasserkanäen, die es berühren, in menschenjagende Mutanten. Dies war kein Unfall, sondern das Werk von Morphrex, einen brillanten Kopf auf Abwägen. Ich hoffe, ich spreche auch alles richtig aus. Das wäre sonst mega peinlich. Drücke eine Taste. Ja, machen wir es mal. Und alleohner, wollten diese Schatzung aus New York. Die große Stadt unter diesem Zimmer ist unter Verschle看到 einen Mutant Menace. Ardwerken people, wie Gary und Danny Bedoe von den Brocken und der Liedelé Show, die ihren Vater gelegt, hat aber ein Geist. Und dann haben sie alleckt, in der Giant Cockrum. Ich bin jetztung, wie ein Länger, auf den Mutant Problem. Ich finde nur die Mattie zu nehmen und sie in eine L Tolfache. Ja, jetzt geht's los. Tchuk! Ich weiß, hallo! Aha! Da fängt man an zu schwimmen, man kommt ja nicht mit der Dings klar. Ja! Wir gehen aber gleich wieder auf die... Pistole zurück. Auf die Golden Eagle. Geht doch. Okay, ähm, dadurch, dass das hier so eine Art, äh, ich sag jetzt mal 3D-Perspektive ist, ist es manchmal schwierig, äh, zu wissen, ob man das jetzt, hoch, ähm, überspringen kann oder ob es jetzt dazugehört, etc. Wo ich sagen muss, dass es von der Perspektive hier eigentlich richtig geil ist. Okay, wir haben jetzt erstmal mehr als genug Money. Oh, das war der Falsche. Ähm, ich werde versuchen, wie gesagt, ich werde es versuchen, ähm, ja, alle Nukes einzusammeln, diese grünen Dinger hier. Es gibt dir 10 in jedem Level. Und ich werde versuchen, die alle zu finden, was mir natürlich nicht immer gelingen wird, höchstwahrscheinlich. Und ich kann auch garantiert nicht immer, äh, Sinnvolles erzählen, da ich mich hier doch ganz schön... Nein! Oh, es passiert mir schon wieder. Scheiße, du wurst dafür. Bluten. Du Schwein. So, und jetzt erstmal einen Generator ausstellen. Sehr schön. So, jetzt... Äh, okay. Geht doch. Kann man hier eigentlich noch hören? Nee, kann man nicht. Gut. No, jetzt geht das wieder los. Nein! Ach, scheiße. Ich hasse solche. Los. Komm, schneller. Ich will hier nämlich weg. Sehr schön. Yay! Ein geheimes Gebiet. Halt, wartet mal. War das... Ich muss nochmal zurück. Und zwar... Hier oben war nichts. Nee, war wirklich nix. Aber manchmal gibt's doch solche Geheimgebiete, wo man einfach bloß einen Leiter hochklettern muss. Oder... Sich... Nein, na... Nein! Boah! Huch! Das war jetzt nicht geplant. Halt die Klappe. Toll. Das war's jetzt. Ich hätte gern, äh... Diese schönen Sprengdinger da. So. Granaten. Jetzt hab ich so das Sprengstoff. Oder wie auch immer man... Ja! Ohne Rohrbomben. Gehst du... Ah! Ach ja, schön. Ach ja. Eigentlich würde ich ja... Das so machen. Genau. So. Und... Ähm... Ah, wenn du einen Riss in der Wand benutzt, kannst du ihn... Ah, sehr schön. Ähm... Z. Ach, da war's Y. Okay. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Hello to my little friend. Ja. Oh, ich dachte grad, da hat jetzt... Ein Schuss weg. Ne, okay. Ich bin schon richtig gelaufen. Und ich hab erst... Halt! Hab ich hier nicht grad einen Leiter gesehen? Jawohl. So, mal gucken, ob ich die jetzt... Ah, ich... Ja. Und? Oh, wow. Ja, die ich nicht im Einsamen kann. Ist ja super. Ich bin begeistert. Und hier oben haben wir... Nix. Oh! Schatten verdoppelt. Yeah. Oh, super. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich diese... Kamera, oder was auch immer das sein soll... ...auf den Tod nicht aufstehen kann. Nein, noch nicht, aber... Nein! 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 Scheiße! Oh. Okay, ich kann's jetzt besser machen. Ich mach's auch besser. Ich mach's besser, indem ich hier erstmal nicht rüberkomme. Ach, Mann. Ich hab wenigstens ein bisschen Erfahrung gekriegt. Oder Punkte, oder... Okay, nur einen Schuss. Nein, ich will wieder einen Teilchenfehler machen. Huh, geht doch. Wurst du... ...richtig hochspringen? Ah, Tug, ey, echt. Oh. Jetzt könnte ich beispielsweise eine... Was schon hier? Ich hab's nicht lesen können. Ich hab mich jetzt auf diesen Vollpfosten konzentriert. Okay, da passiert nix. Oh. Ja, ich hasse diese Schweine auch. Ich will hier durch. Achso, kommt man nicht. Huch. Statt ausgesprächert. Das ist doch super. Wie, Tür verschlossen. Ich will aber lang. Ich muss da garantiert lang. Okay. Hä? Huh. Yay. Unser sechstes. So. Ich wollt eigentlich runter. Aber ist ja auch egal. Wir kommen hier sicherlich nochmal runter. Oh. Was? Hm? Haben wir die schon? Someone's gonna pay for making me find these friggin' Keycards. Ja, diese verdammt... Oh, das kann man anschießen. Ähm. Hallo, ich will da... Dankeschön. Komme ich hier auch weiter? Ne. Aber ich hab schon mal sieben. Das ist doch recht angenehm. Eingenehm. Hör auf, hier rumzujammern. Oh, was haben wir denn da? Ein Klopperm. Hm. Was? Jetzt muss ich auch noch Weiber retten? Ah. Okay. Also jetzt hier nicht wegen Weiber retten oder so, sondern wegen der Tür. Die Tür ist jetzt offen. Denn vorher war sie fest verschlossen. Oh. Trotzdem hab ich das Gefühl, ich muss hier noch lang. Das sieht so nach einem... ...geheimen... ...dingens da aus. Ja. Ha. Als hätte ich's gewarnt. Ha. Sehr schön. Diese Nuge wird mir ja irgendwann noch gefehlt haben. Die müsste ich jetzt eigentlich alle haben. Ach nee, nicht das. Hey, da ist sie. Krieg ich das hier? Wente. So. Scheiße, nein. Ähm. Ja, ist klar. Feuer und so. Oh. Ja, ich hasse diese Schweine auch. Na super. Oh. Dankeschön. Was? Ach nee. Oh, ich hasse diese Hangendinger. Los. Dann wie weit muss ich hin jetzt? Hier. Schwein gehabt. Komm schon. Mann, ist das heiß hier. Aber trotzdem hänge ich hier ab. Der letzte, der letzte, der letzte. Ja. Oh. Puff. Sehr schön. Das war's. Ja, das war's. Oh, Mann. Ach, hör auf, hier rumzukeuchen. Die ist noch lange nicht in Rente. Wir haben die Karte. Wir haben das Swipe befreit. Die haben alle zehn Jugend. Wir können gehen. Ach so. Ja. Alle getötet. Alle fünf Geheimgänge. Und zehn Jugend. Oh mein Gott. So gut war ich noch nie. Und 13 Minuten 55. Ich glaube, da werde ich die Part so schneiden, dass jedes Level eins ist. Ja, ist gut. Ja, das kann man machen. Ja, das kann man machen. Okay. Kleine Taste. Weiter geht's. Ja.